Recht herzlich willkommen zur 132. Folge von Avorion. Ja, letztes Mal haben wir festgestellt, dass wir was abgebaut haben mit unserem R-Laser. Achso, das waren diese Punkte. Ja, was ich noch zeigen wollte, das war hier sieht man noch so zwei kleine Striche. Hier sieht man die 86 Eisenmetallschrott und dazwischen die 23 TitanmL Strahlschrott und das ist das Titanerz. Das ist sogar unterteilt, das ist mir nachher erst aufgefallen bei Kontrolle des Videos. Ja, da sieht man auch noch, dass man dann auch noch so verschiedene Sachen dabei hat, die dann auch noch hier oben angezeigt werden. Und diesen ganz kleinen Strich, den kriegen wir gar nicht zu sehen, weil... ja, gut. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin? Was machen wir als nächstes? Wir haben ja den einen Miner hier sitzen, der jetzt da arbeitet, der andere... Boah, was ist denn hier oben los? Warum sind denn hier so viele Sachen? Oh, ne? Schiff von Asrita. Welches Schiff ist denn da? Der ist der Miner 1 und da... Asrita Renew. Okay. Die haben wir, die Ölbauplattform. Was haben wir denn dann hier? Miner, Asrita. Oh, wir haben zwei Miner. Okay, alles klar. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Irgendwer hat da auch, glaube ich, schon gemeldet, dass er keine Ressourcen mehr hat. Abbauen. Da kam jetzt keine negative Meldung, ne? Abbauen. War das der Miner, der da nicht mehr abbauen kann? Ah, der Sektor. Kein Astrogin mehr. Also da geht, da geht nicht mehr. Ah, was können wir hier noch machen? Ja, Zeraffinerien. Okay. Güter kaufen. Ja, das bedeutet, wenn er hier nicht mehr kann... Ne? Das war ja gerade so, ne? Der war das doch, oder? Ja, das bedeutet, man muss den in einen anderen Sektor schleppen. Ja, aber das ist ja wieder eine sicherlich schwierige Geschichte, ne? Okay. Ja, fliegen wir erstmal diese Richtung. Denke ich mal. Was ist das für ein Tor? Ah, das Tor ist schon ein bisschen tiefer. Ohne Ort, Ost, Nord-Ost-Tor. Das ist also Pfarrlsch. Wir würden eher zu einem anderen Tor fliegen wollen. Ah, da hinten ist das. Vielleicht ist es das Südwest-Tor. Genau, da wollen wir hin. Und dann fliegen wir mal zum Südwest-Tor. Okay. Gucken, dass wir da hinkommen. Nur noch zwei Jahre arbeiten, dann bekomme ich mal freies Wochenende. Haha. Was war denn das da unten? Okay, egal. Wir fliegen weiter. Puh, da sind wir aber gerade noch so bei vorhergekommen, glaube ich. Bumm, das war jetzt nicht so doll. Ich dachte, wir kommen da durch. Können wir schon reparieren, ne? Ja, 25 Sekunden geht nicht. Dann fliegen wir da erst durch und diesmal richtig. Den Saft ist auch leer, da müssen wir auch noch was dran tun, ne? Gehebe die Pause für 25 Sekunden auf, damit da repariert werden kann, so ungefähr, ne? Alles klar. Ja, dann schauen wir mal. Da sind wir im nächsten Sektor. Hier sieht es schon ein bisschen dunkler aus. Jetzt würde ich natürlich nach da fliegen wollen, aber hier... Wir haben schlechte Dinge jetzt mit denen, okay. Dann fliegen wir doch mal nach Nordwesten. Das ist aber nicht das Tor, das ist weiter Süd-West-Süd. Was ist hier? You paid. Okay, da gibt es ja richtig Geld, was wir bezahlen mussten. So gucke ich gerade, da unten ist ein Tor, okay. Nordwest-Tor, das wollten wir doch. Fliegen wir da rein, um dann in Richtung dem anderen Miner zu kommen. Da unten wird geschossen. Da sind der Böse. Und so schießt der da. Fliegen wir weiter erstmal. Aya-Yi oder so ähnlich heißen die hier. So, jetzt kommen wir da rein, würde ich hoffen. Ja. Weiter geht's. Und ja, jetzt sind wir hier. Schiff von die Cleoia-Weier. Da gibt es 2000 Asteroiden. Und da drei Schiffe von die Aya-Yi. Ich glaube, wir springen mal hier hin, ne? Und da wackelt's, da müssen wir mal sein. Ist der bereit? Ne, ne? Doch, ist er bereit. Okay, der letzte Sektor wurde noch von einer anderen Fraktion angegriffen. Da sind wir aber jetzt nicht mehr bei. Okay, jetzt sind wir hier in einem Sektor, der ohne Tore ist. Bergbauschiff. Das ist natürlich der Saftgrad schlecht, ne? Also. Ja, und die Reise geht jetzt mal nach da, denke ich. Der Sprung geht da hin, aber wir können nicht springen, weil wir wahrscheinlich zu wenig Saft haben, die es da oben gerade runtergezählt ist. Genau. Nicht schlimm, dann gucken wir mal gerade, obwohl da oben sind die Tarn. Brocken. Was haben wir denn hier so für Erze? Ah, da ist Nauronid. Da müssen wir gerade noch die 1 ausmachen, glaube ich, weil die 2 ist dann dafür da, um das abzubauen, ne? Ah, geht schon. Okay. Nauronid, Erz geht richtig rein gerade. Da ist der Brocken auch schon weg, oder wie sehe ich das? Na, da ist noch was. Haben wir abgebaut, ne? Nauronid, Erz erhalten. Ja, komm, dann nehmen wir den gerade noch dabei. Titan aufgesammelt. Ja, da ist dann noch mehr. Was war das jetzt? Ah, wir sind voll, oder was? Ich denke, dass wir gerade voll sind, oder? Ja, gucken wir mal gerade. Nicht Karte, sondern P. Fracht. Frachtraum voll. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir so irgendwo anders hinkommen, wo wir das entleeren können, ne? Hier ist ja nix, außer zwei Schiffe. Das ist schlecht. Das bedeutet jetzt, doch, Karte ist gut, aber Sprung ist schon ausgewählt. Regeneriert sich auch gerade. Das bedeutet, wir müssten eigentlich die Richtung auswählen. Und gucken, geht. Da sind wir schon abgehauen. Da haben wir das nächste Tor auf jeden Fall schon mal. Jetzt müsste man nur, wenn wir da nochmal Karte, ne, wir sind hier alleine, aber ein Tor, aber hier ist eine Kreuzung sozusagen. Wir gehen in Nordwesten weiter, was dann da ist, oder? Ja. Fliegen wir da hin. Wir sind wieder ohne Power unterwegs. Aber naja, das müssten wir dann entweder, ja, weiß nicht, die Akkus größer wählen. Ne. Oder? Ja, ne, mehr Generatoren, ne? Die Generatoren müssen größer werden. Rein theoretisch müssen wir das doch bauen können, oder? Reparieren können wir sowieso schon mal jetzt. So, es steht denn hier auch. Erzeugte Energie ist das, also wir brauchen mehr erzeugte Energie. Das bedeutet, wir müssen in den grünen Bereich hier unten für Generatoren kommen. Energiecontainer, no need generator. Und dann sollten wir da vielleicht welche reinbauen. Wir können die ja mal. Ja, wohin bauen, ne? Was machen wir denn mal so? Diesen hier. Machen wir aus. Ja, sieht doch gut aus, oder? Das sind die Akkumulatoren. Spiegelachse ist so. Ist auch cool, oder? Die Pappen wir jetzt da drauf. Und 1,6 dazu, aber das ist ja nicht genug, ne? Das können wir denn noch ein bisschen größer ziehen, das Ganze. Und ein bisschen höher nicht, sondern breiter hätte ich gerne noch. So, dann sind es 4 Gig. Ja, das müsste ja dann mehr sein. Und funktionieren, ne? Ja, jetzt haben wir gleich ein bisschen Überschwung. Gut, dann aus dem Baumodus raus. Und jetzt sollte der auch ein bisschen besser laden, eigentlich. Ja, da unten sieht man, dass der jetzt gerade versucht aufzuladen. Jetzt ziemlich mager, ne? Was da unten passiert. Wir könnten natürlich noch mehr reinbauen, ne? Machen wir mal gerade nochmal. Ne, da war falsch. B wollen wir. Gucken wir gerade nochmal, ob wir hier unten noch was reinkriegen. Hm. So, die Achse können wir hier anmachen. Zack. Spiegelachse aus. Jetzt sind es hier mehr Energie. So, jetzt füllt er sich da unten auch mal eine ganze Ecke schneller auf, ne? Oder? Das ist doch mal was Schöner anzusehen. So, wir fliegen aber so durchs Tor. Brauchen jetzt keinen Sprung oder sowas. Kommen wir erstmal wieder ein Stück weiter. Deswegen geht nicht in den Eisen- und Tarnregionen. Der Kunden oder das Wort wird sich hüten. Okay. Torgebühr haben wir bezahlt. Neue Angebote kaufen Sie einer Rekonstruktionsmarke und bessern Sie Ihr Schiff kostenlos reparieren. Reparaturdock, weiß was? Wir fliegen mal zum Reparaturdock. Warte mal, ich muss mal gerade reingucken. Schwarze Sprite, Kuhanwein, Reparaturdock. Ja, da können wir das hier mit der Marke machen. Da gehen wir erstmal hin, ne? Alle Reaktionen zu uns sitzen? Ne, das wollen wir nicht. Obwohl, ist ja ein friedlicher Sektor, würde hier gehen, ne? Ulrich hat gerade was verkauft für 100.000 Credits. Das ist schon mal cool. Hm. Ah, hier können wir eine Marke kaufen. Rekonstruktionsmarken kaufen. Das wollen wir ja gar nicht. Schiff reparieren brauchen wir auch nicht. Warte mal. Äh. Ne, B war das. Ne, P war das. Hier, ne? Du hast eine Rekonstruktionsmarke für dieses Schiff. Und wo war das, wo ich die einsetze? Crew-Systeme. Gute Frage, ne? Das ist eine Militärstation. Raumjäger Fabrik brauchen wir auch nicht. Was ist hier überhaupt drin, ne? Servofabrik, Raumjäger Fabrik, Gemüsefarm, Ressourcendepot, Papier. Ressourcendepot, das ist sowieso erstmal wichtig anzufahren. Ausrüstungs-Docken müssen wir noch finden. Apparatur-Dock. Das ist Ressourcendepot, ne? Das ist ja wichtig für Umtauschen, oder? Ja, da können wir die Dinge da abliefern, oder? Da fliegen wir jetzt erstmal hin und gucken, wie das geht. So, Antrieb auf Vollgas. Der Balken geht jetzt wohl nicht leer, oder doch? Weiß ich nicht. Haben wir auf jeden Fall aufgerüstet, weil es ja schon mal brenzpositiv ist. Ich sehe auch nicht, dass der Balken jetzt gerade weniger wird. Puh, da haben wir aber Glück gehabt, dass das Ding kam immer ganz plötzlich auf uns zu, ne? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Piraten greifen den Sektor an, das ist schon mal schlecht. Wir wollen hier aber erstmal nur docken. Kommen wir da an die Marke ran? Ich glaube schon, oder? So, Roherze raffinieren. Raffinieren, ne? Genau. Jetzt probieren wir das erstmal mit den Sechsen hier. Ausbeute 6. Nehmen. Haben wir gemacht. Namanid Erz ist 639. Ach, das ist die Zeit, die das braucht wohl. Und da kriegen wir das dann raus, okay? Steuer 7%, okay? Das haben wir entfernt. Und das nehmen wir jetzt. Alles klar. Das macht der andere aber direkt. Und jetzt hier. Kann man das irgendwie umschalten, ne? 15, 215. Oh, da kriegen wir mehr raus sogar. Alles klar. Da gibt's einen Sektor, der muss abnehmen können, okay? Ach, das gibt man ab, dann kann man wegfliegen und dann kann man das auch abholen, weil das jetzt hier zum Beispiel länger dauert, ne? Okay, da kommt jetzt die Ansage gleich, wenn der fertig ist. Ja. Und dann holen wir das ab. Okay. Da haben wir 14.000 Titanen jetzt gerade geholt, ne? Gut, und dann Eisenmetallschrott haben wir hier noch. Was gibt's denn aus 86 Metallschrott? 80. Was? 80. Gucken wir mal. Okay. Und dann gibt's richtig. Okay, alles klar. Und das haben wir auch genommen, die 21. Dann ist das erledigt. Wir hätten auch hier so alle klicken können, das wäre schneller gegangen, ne? Okay, dann haben wir das auch gelernt. Nochmal F. Schwarzes Brett. Jetzt könnte man das handeln. Wollen wir aber nicht. So. Ja, wer ist das da hinten? Reparatur-Doc. Ne, ich will die aus Omega Fabrik. Das ist die Militärfabrik. Wo sind die Dingens? Habe ich jetzt den Dingens Asteroiden erwischt? Na, komm, Dingens Strategiekarte hier gerade aufgerufen. Reparatur-Doc. Servofabrik. Wer ist das? Fregatte. Casino. Komme ich nie weiter. Papierfabrik. Ah, da ist es. Ausrüstungs-Doc. Kurz einmal reingehen und gucken, was es so gibt. Batterie-Upgrade, Transport-Software und Transport-Terr-Software. Gütschutz-Kontrollsystem, Quantum-Überraum, Standard-Halt-System. Na, da soll man vielleicht mal überlegen, das zu nehmen. Was hat er sonst noch? Maschinengeschützturm. Eisen-R-Abwrack-Geschützturm. Ja, da haben wir wieder so ein R. Äh. Das sind die Jäger. Sender der Handelsgilde. Okay, Energie-Unterdrückungssatellit. Anbehalt-Klasse, Torpedos. Ja, da können wir Klamotten verkaufen und da können sie wiederholen. Jetzt haben wir noch was schon, ne, ne? Ah, diese Token da. Die wollten wir auch noch machen, ne? Wo ist das Ausrüstungs-Doc? Irgendwo da hinten. Ja, fliegen wir mal die Richtung, denke ich mal. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und der letzte Schritt, macht euch die Glocke an und kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.